Es gibt nur zwei Tage im Jahr, an denen man nichts tun kann. Der eine ist gestern, der andere morgen. Dies bedeutet, dass heute der richtige Tag zum Lieben, Glauben und in erster Linie zum Leben ist. Mit diesen Worten ist Daya Lama herzlich willkommen zum Programm von KulturMD. Am vergangenen Freitag beteiligten sich rund 350 Schüler aus Sachsen-Anhalt an der deutschlandweiten Bewegung Friday for Future. Junge Menschen vernetzen sich und planen gemeinsame Demonstrationen, um sich mit Greta Thunberg, der 16-jährigen Schülerin aus Schweden, gegen die aktuelle Klimapolitik zu solidarisieren. Nun machen auch Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Magdeburg mobil, um gemeinsam die Politik aufzufordern und endlich auf die Bedürfnisse der Menschen zu achten und unseren Planeten zu schützen. In den Fraktionen im Landtag entzündet sich ein Streit, wie man mit Schülerstreiks umgehen will. Der Fraktionsvorsitzende und bildungspolitische Sprecher von Die Linke, Thomas Lippmann, sagt dazu, Das Engagement der jungen Leute, ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen, verdient unseren ungeteilten Respekt und keine Maßregelung durch die Schulleitungen. Wenn sich Schüler für wichtige Gegenwarts- und Zukunftsfragen interessieren und sich dafür organisieren, dann ist das Ganze im Sinne des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schule und für die pädagogische Arbeit ein Erfolg. Die Wahrnehmung demokratischer Rechte kann man nicht nur in Sonntagsreden anpreisen, man muss sie auch dann akzeptieren, wenn es weh tut, sonst hilft es nicht. Sinnvoller wäre es, die Aktivitäten zum schulischen Projekt zu machen, die Schüler organisatorisch zu begleiten und ihre dabei gemachten Erfahrungen und die gewonnenen Erkenntnisse aktiv im Unterricht zu besprechen. Die bildungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt, Angela Gore, sieht darin einen Aufruf zum zivilen Ungehorsam. Schulpflichtverletzungen stellten laut Schulgesetz Sachsen-Anhalt, § 84 Absatz 3, eine Ordnungsfriedigkeit dar und gegen Erziehungsberechtigte könne ein Zwangsgeldverfahren eingeleitet werden. Aus Sicht von Frau Gore verbietet sich ein grundsätzlicher Aufruf zum Schülerstreik, wie er durch die Aktionen von Fridays for Future in Gang gesetzt wurde. Dessen ungeachtet müssen sich sowohl die Schulen wie auch die Eltern und letztendlich auch die Schüler ihre jeweilige Verantwortung wahrnehmen und zu den Konsequenzen wie Unterrichtsausfall stehen. So die bildungspolitische Sprecherin der CDU weiter. Inzwischen stellt sich auch der Stadtverband Die Linke Magdeburg geschlossen hinter die Schülerproteste. In einer Erklärung heißt es, wir sprechen uns weiter einmündig, nee einmütig. Inzwischen stellt sich auch der Stadtverband Die Linke Magdeburg geschlossen hinter die Schülerproteste. In einer Erklärung heißt es, wir sprechen uns weiter einmütig gegen Maßregelungen durch Schulleitungen und auch gegen alle Versuche des Bildungsministeriums aus, die Schülerproteste per dienstliche Anordnung auf den späten Nachmittag zu verbannen und sich dabei auf die Schulpflicht zu berufen. Wir meinen, dass es für eine Landesregierung geradezu peinlich sein müsste, wenn sie sich auf die allgemeine Schulpflicht beruft, andererseits aber durch eine jahrelang verfehlte Personalpolitik im Bildungswesen für Lehrermangel und erhebliche Lücken in der Unterrichtsversorgung verantwortlich ist. Pro Schuljahr beginnen rund 1.600 Schüler in Sachsen-Anhalt eine Ausbildung im Gesundheitsbereich. Für zahlreiche Ausbildungsberufe ist Schulgeld zu zahlen. Dazu zählen Diätassistenz, Argotherapie, Physiotherapie, Master und medizinischer Bademeister, pharmazeutisch-technische Assistenz, medizinisch-technische Assistenz, medizinisch-technische Laborassistenz, medizinisch-technische Assistenz für Funktionsdiagnostik und Logopädie, sowie für Erzieherinnen und Erzieher, Sozialassistentinnen und Assistenten, sowie Kinderpflegerinnen und Pfleger. Das Schulgeld reicht von ca. 48 Euro bis zu 395 Euro pro Monat. Der Landtag diskutiert daher aktuell, wie hiermit umzugehen ist. Mit einer Schulgeldfreiheit sollte eine tarifliche Ausbildungsvergütung einhergehen, um die Berufe attraktiver zu machen und damit mehr Auszubildende gewinnen zu können. Darin sind sich die Fraktionen einig. Nun müsse erst einmal nachprüfbar die Höhe der benötigten Finanzmittel festgestellt werden. Neben passenden beruflichen Rahmenbedingungen, zu denen auch, das später zu erzielende Einkommen gehört, ist ebenso ein positives Image dieser Berufe wichtig. Insbesondere die SPD will sich im Rahmen der bald beginnenden Verhandlungen zum Doppelhaushalt 2020-21 dafür einsetzen. Dafür könnten Mittel aus dem Gute-Kita-Gesetz des Bundes für die Schulgeldfreiheit für Erzieherinnen und Erzieher im Land und für ein Quereinsteigerprogramm zur Verfügung stehen.